ja hallöchen meine lieben balkongartenfreunde ich stehe hier gerade vor meinem balkonhochbeet ja da wo ich hier meine buschbohnen ausgepflanzt habe und hier hängen auch schon ganz viele buschbohnen dran das sind so gelbliche bohnen und die sind wirklich sehr schmackhaft da erinnere ich mich immer an meine kindheit meine oma hat mir auch immer so bohnensalat von gelben bohnen gemacht und die waren saumäßig lecker ja und ich werde jetzt hier die ganzen bohnen abernten und dann treffen uns doch gleich wieder in der küche wo ich mir den leckeren bohnen salat machen werde bis dann so da bin ich auch schon wieder hier in meiner küche ja hier sind meine schönen gelben kleinen bündchen ja das sind wachsbrechbohnen so habe ich sie auch immer von meiner oma schon gekannt ja und ich habe sie relativ klein geerntet auf jeden fall die werden sicherlich noch größer aber umso jünger die bohnen natürlich auch sind umso zarter sind die dann auch im geschmack und bei bohnen ist es ja oft so wenn die größer werden dann werden sie eher faserig und dann schmecken sie nicht mehr so ganz delikat und da habe ich mir gedacht ich ernte die jetzt mal hier so ja im noch eher jungen stadium und ja ist er eine bescheiden ernte muss ich zugeben aber ich sage mal so eine handvoll ist es doch und ja da kann ich mir doch einen kleinen salat raus zaubern ja und dazu werde ich jetzt hier die bohnen mal so zehn bis 15 minuten weich kochen und dann werde ich die zubereiten ja und das würde ich jetzt machen zuvor werde ich aber jetzt hier die ganzen bohnen ein bisschen zu putzen also das heißt hier den stiel ansatz entfernen denn den kann man nicht genießen der ist nämlich wirklich hart da beißt man sich glaube ich die zähne aus ja und da schneide ich eben einfach hier und hier hinten ein bisschen ab und ja dann kommen die in den topf mit kochendem wasser so derweil bereite ich mir hier schon mal meine marinade vor dazu brauche ich ein paar frische kräuter hier ein bisschen petersilie statt zwiebeln verwende ich etwas schnittlauch dann etwas olivenöl hinzu einen teelöffel senf pfeffer aus der mühle eine gute prise salz einen spritzer zitronensaft frisch gepresst und als essig will ich rotweinessig den habe ich ganz gern bei solchen salaten so alles gut vermengen und jetzt werde ich hier gleich die noch die warmen bohnen hinein geben also das wird ein lauwarmer bohnen salat so habe ich den am liebsten so die 15 minuten kochzeit sind auch schon vorbei und jetzt gebe ich hier meine bohnen direkt hinein so jetzt gut umrühren dass sich die marinade schön verteilt und so wenn die bohnen noch warm sind dann zieht das dressing und die marinade sozusagen schön in die bohne hinein und dann ist die bohne noch geschmacksvoller so jetzt zur deko kommt noch eine halbe tomate drauf die habe ich auch gerade vom balkon geerntet so hier oben drauf und sehr sehr simpel aber schmeckt einfach so lecker und den bohnen salat wenn ich jetzt mal verspeisen ja meine lieben und ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja gerne daumen nach oben und schreibt mir doch auch was in die kommentare unter das video denn es gibt sicherlich noch verschiedene rezepte wie man bohnen salat machen kann und das würde mich echt interessieren welche marinaden ihr verwendet ja bis dann euer balkon gärtner christian ciao